moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dragons dogma für die switch heute widmen wir uns den ruinen hier hinter dem wasserfall wir haben den guten jean draußen versprochen dass der jean ist ja tot sein kollegen versprochen dass wir die ruinen erforschen werden weil der jean das nicht mehr machen konnte deswegen machen wir das so das ganze geht jetzt los wir haben ja schon den mechanismus gefunden den hätten wir später finden sollen haben wir jetzt schon gemacht ist glaube ich aber nicht weiter schlimm oder dramatisch ein bisschen was erspart so die rundenpunkte zeigen was wir erforschen sollen das machen wir lieber kalt wenn keiner mag ratten so wie man sieht sind ja einige sachen über der forschen kann wir gehen mal direkt hier wieder runter denn da sind wir gerade eben ja auch hoch gegangen und wenn das jetzt hier weiter erforschen oder drüben ist eine kiste die wir gleich mit eine altartafel wir sind überladen der tat aber brauchen wir garantiert noch irgendwas dass wir werden einmal kurz hier was abgeben an elektra denn sie hat ja wirklich nicht viel zu schleppen oder was muss etwas sein was ein bisschen schwerer das mal schon mit öl pass auf wie kriegt man öl von uns und zwar fünf stück dann bekommt sie noch drachen geifer ist eine flasche weg wollen wir nicht ja auch nichts zu schleppen ob man irgendwas richtig viel dabei was dann gewicht hat so ihre alte stiefen und hier weiter einem eines mehrere bruchstücke die über die versung der ruin verstreut waren der aufschluss erzählt werden ja ok das ist vielleicht mehrere sachen sammeln aber das wird haben unser schwert müssen da wusste viele körper aus speziellen gehen und mir kriegt warwick das moroc wir gehen wird über die rüstung gestreift und schützt den träger von elementen begeben wir auch an vorweg aber damit wir nicht so viel haben begeben wir an elektra geben wir an elektra haben immer noch so viel tafel so viel wiegt bieten die 95 alter schwede das war ein bisschen leichter wieder und kommen wieder mit uns ein bisschen bewegen ein gespenst Okay. Okay. Okay, ich hoffe, ich hoffe. Ah, okay. Okay, abstehen kann ich den Geschwänz wahrscheinlich nicht. Oh, okay. Ah! Oh, okay. Ah! 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 wir wie alles für ausdauer aber nichts was essen ja der erwischt hier ja 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 ich habe auch nichts mehr was wir nutzen können glaube ich wenn wir mehr mitnehmen sollen wissen wir haben ja 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 wir sind gleich tot mehr heilung habe ich nicht gegen elektronik benutzen hat es unbekannt herzustellen ja 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 aber das man dann reicht es auch ein bisschen das fehlt doch einer bei uns wo ist denn da hin ja 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 Das war's für heute. Ich weiß aber nicht, was wir noch machen können. Was können wir die denn besiegen? Das ist eine Alta-Tafel, wir sind aber auch richtig überladen. Mir kommt das so vor, als ob ich... Einer fehlt hier. Kann man ihn denn kalt machen? Das ist eine Alta-Tafel. So, jetzt haben wir noch fast fertig. Komm, nimm mal. Oh. Ich werde sehen, wie es zur Magie braucht. Okay. Warburg ist dabei, weil es fehlt doch... Es fehlt doch Dill. Wo ist Dill denn hin? Ist der gestorben unterwegs? Habe ich gar nicht mehr gekriegt. Ärgerlich. Naja. So ist es, ne? Verluste überall. So speichern doch hier mal. Ärgerlich. Ärgerlich, oder? Haben wir den verloren? Ach, wir sind lobe, ey. Können wir den verloren? Oh, wie geht es dir? Oh, wie geht es? Ist das wirklich gut? Wenn ich mich daran sagen würde, wenn ich das selbst erzähle. ja nicht Was ist das? Das sieht interessant aus. Das ist doch wirklich dumm. Also mal gucken. Okay. Müssen wir... Müssen wir hier noch mehr geben? Kann sie jetzt auch tragen bestimmt, ne? Gut. Drei Stück davon. Gehen wir hier längs. Ach da. Wieso wir den großen Zyklopen besiegt haben? Warte, guck' noch mal. Okay, äh... Können wir die aber irgendwo abgeben, schon mal diese Steine. Das wäre nicht schlecht. Im Moment, glaube ich, sind die einfach so schwer. Nichts, ne? Anderen Altar, wo man da irgendwas macht, ne? Gehen wir zurück zu diesen roten Kreisen. Da muss ja auch irgendwas zu finden sein. Hoffe ich zumindest. Oder geht's... Wir können ja unten jetzt längs gehen. Da ist ja kein Wasser mehr, aber... Ich muss mal vorsichtig sein, dass wir so weit runter springen und uns verletzen. Wäre ja auch total. So, also hier ist im Fall ein Ding gleich noch. Irgendwie runter gehen. Hier wahrscheinlich. Hier runter. Runter fallen. Irgendwann fallen wir runter. Hier sind es Hartz W. Ich frage die anderen hinterher. Irgendwann. 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 Das ist hier eine Truhe. Wir sind doch hier verkehrt irgendwie. Wir müssen wieder hoch. War leid. Weil die roten Punkte müssen... Da sind wir da oben. Die Etage. Gut. Hm. Wo können die sein? Hm. Wo können die sein? Also hier geht's auf jeden Fall längs. Hier irgendwas an. Irgendwann. Irgendwann einen anderen Weg geben noch. Nein. Aber ich hab gerade gesehen wo es längs ist. ging. Okay. Vor allem liegen auch ein paar Sachen noch. Rüben noch. Die Tafel. Alter. Es gibt's doch gar nicht. Wir sind alle überladen jetzt hier. Okay. Da muss man auf der anderen Seite noch eine geben. Da habe ich jetzt nur noch eine Tante hier bei mir. Gut. Wir sind noch auf der andere Seite. Und die letzte Tafel holen. Also den Dulmer mit. Okay. Wir sind noch nicht. Okay. Das sieht so aus wenn in die richtige Richtung. So ein kleines Labyrinth hier. Aber ich würde sagen wir gehen hier längs. Jetzt hier irgendwie weiter. Da geht's runter. Da geht's runter. Wenn er da genau runter ist. Hier drin. Dann kann ich nichts mehr tragen. So. Mal gucken mal. Mit der letzte Tafel muss ich auch wieder irgendjemanden übergeben. gehen. Gehen los. Eine auf jeden Fall. So. Ansammeln. Okay. Ein großer Geldbeutel. Kann ich das so machen? Nein. Super. So. Ich hoffe ihr kommt alle hinterher. Wollen raus. So richtig erstatten. Elektra ist da schon mal. Wo ist Warwick? Super. Alle wieder da. Gut. Dann gehen wir raus. Und Bericht erstatten. Bericht. Und wieder Fledermäuse hier. Dann können wir diese ganzen blöden Platten mal loswerden. Weil die nehmen einfach das ganze Gewicht von uns. Anspruch. Ja. Tausens Tag hell wie man sieht. Perfekt für uns. Manche Dinge lassen sich nur von bezwungenen Feinden erbeuten. Schade dass wir Dill nicht mehr haben. Sonst muss ich nochmal nachholen. Bei mir röhnt. He Team. Angellter. und einige haben wahrgenommeneness harte Hipst. tengo Zeit sagt, die angellt wird. Die Angellten wird ganz wichtig. Fene. Ja. Als die Angellte verb 감사합니다, der Text wird sicherer. I will not rest until its meaning is deciphered, sir. For the sake of Brother Jean. The faith will see it done. In that you may believe. Jetzt los. It's not the fault of yours, sir. You've done your duty by us well, as the Father shall hear. Pray, do not let it weigh upon your heart. Go and tell Sir Maximilian of our success. I feel more familiar with his question now. Good to know. I'm going to put the card now on. We're going to put it here and say... ...berichten... ...berichten... ...erstattet, I want to say. ...erstattenbericht. Eventuell sollten wir... ...hier so an Zielstein einsetzen, ...was ich immer wieder hier hin kann. Ach so, man kann den immer wieder benutzen? Cool. Ähm... ...so ich dachte, wenn wir mal irgendwie... ...wieder weiter weg sollen. ...und dann reißen wir jetzt erst mal hier. Ähm... ...Gran Soren. Sehr gut. Sehr gut. Ja cool. Hm. Das war eine gute Quest, fand ich dir echt Spaß gemacht. Ähm... ...weil es auch ein bisschen mehr um die Geschichte ging. Ähm... ...statt diese Wiederbringen und Hol-Quest, die schocken nicht so. Aber die machen... ...macht echt Laune. Aber gut. Also, müssen wir mal gucken. So, wir müssen auf jeden Fall den Sir Maximilian Bericht erschaffen. Da laufen wir mal kurz hin. Äh... Ich wollte noch einmal kurz was schauen. So war, wie ich mir das gedacht hab. Verwaltung des Lagers. Da ist das. Ich bin so dumm, dass ich das vorher nicht gesehen hab. Wie bescheuert, oder? So. Wir wollen einmal gucken. Ähm... So. Oh... Moment nicht. Gut, hier auch noch kurz. Wollen wir das mal machen. Müssen wir das ein bisschen leicht machen, mal hier. Müssen wir es ein bisschen leicht machen mal hier. da wird schon was losgewonnen hat Fertigkeiten die wir mal lernen können der Sprung tritt der Gegner als Sprungbrett nutzt um noch mehr machen wir nachher und jetzt erst mal kommen wir erst mal zu zu unserem Sir Maximilian damit er weiß dass wir alles geschafft haben lauf 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 da ist er ich finde mich selbst in eine Situation sehr schwer ich dachte zu sellen Land die ich habe, um die Kapitel zu erhöhen aber ich muss erst diejenigen, die auf die es leben das typisch braucht eine eher involvete aber die Zeit sind schwer und ich wünsche die aktuellen die Räsenz zu verabschieden mit allem sie werden nicht hören diese Proposal von mir aber von der Ersene die nachgesagt wird sein träger vor allem regelisten zu sein möglich ist als buchschutz der pfeil der pfeile erheißt er tötte augenblicke hinweist wusstet ihr den pfeil aus verloren wenn ihr von letztendlich 300.000 gold das ist der händler den wir gesucht haben um diese später zu finden jetzt aber zu der meximilien Hallo Jan! So, kommen wir mit dem Kohle, den Laufbahnrang verbessert, Auftrag gemeistert, Elektro hat auch den Laufbahnrang verbessert. So, oh, erst mal irgendwas bis zu uns. Na, schon liegt weißt, ne? Oder hinbei? Orient am Herzog. Oh, okay. So, wir machen erst unsere Quests fertig, bevor wir hier mit ihm da irgendwas anderes machen. Wir speichern nochmal und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.